Hallo und willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Eden Mahnke, ich bin 19 Jahre alt, Lehramtsstudent an der Uni Wien und mein Zuhause ist hier, Bruderhof am Stein. Vielleicht habt ihr schon vom Bruderhof gehört. Der Bruderhof ist eine internationale christliche Gemeinschaft. Wir versuchen die Wörter von Apostelgeschichte 4 auszuleben. Sie teilten alles gemeinsam. Ähnlich wie die Täuferbewegung, die hier in Österreich vor 500 Jahren aktiv war, leben wir in Gütergemeinschaft. Das bedeutet, ich gebe alles was ich habe und die Gemeinschaft gibt mir zurück, was ich brauche. Ihr wird euch wahrscheinlich denken, das sieht und hört sich ähnlich an wie ein Kloster oder ein Orden. Und das ist es auch, fast. Aber halt mit jungen Leuten, alten Leuten, Familien, Beklempner, Architekten, Mechaniker, Studenten wie ich. Eigentlich Leute aus der ganzen Gesellschaft, die zusammenwohnen für Jesus. Den Bruderhof gibt es schon in vielen Ländern. In Deutschland, Amerika, England, Paraguay, Australien, Südkorea und jetzt hier in Österreich. Bruderhof Gulshof seit 2019 in der Nähe von Retz und jetzt seit 2021, also knapp ein Jahr, Bruderhof am Stein, wo ich lebe. Es freut mich, dass sie diesen Kanal, diesen Blog gefunden habt. Und für euch, die den Bruderhof vielleicht schon kennen, möchte ich einen besseren Einblick geben, in was uns als Jugend beschäftigt, worüber wir nachdenken. Und für euch, die vielleicht den Bruderhof noch nicht kennen, möchte ich zeigen, wie ist es für junge Leute im Bruderhof, in christlicher Gemeinschaft. Danke und wir sehen uns bald. Musik